Hallo und herzlich willkommen hier bei Paris Games für eine weitere Folge von Star Wars Galaxy of Heroes und wir haben heute etwas, worauf viele Leute sehnsüchtig gewartet haben, nämlich das Kit-Reveal von Darth Malgus. Für alle von euch, die nicht wissen, wer Darth Malgus ist, empfehle ich euch, schaut euch mal das Videospiel Star Wars The Old Republic an. Das ist ein Massive Multiplayer Online Rollenspiel, was momentan immer noch aktiv ist und da erfährt man die Storys. Das sind sehr, sehr gute Cinematics, das heißt also alleine das Zuschauen auch auf YouTube zum Beispiel empfehle ich euch sehr. Gebt einfach ein SWTOR Cinematics und freut euch, denn das Spiel ist von Bioware und das sind ja die Macher von unter anderem von Mass Effect und dort haben sie ja schon ein bombastisches Macher abgeliefert. Das tun sie erzählerisch und stimmungstechnisch definitiv auch. Soviel zur kleinen Werbeeinblendung. Nein, ich bekomme dafür kein Geld. Es ist leider, oder leider, es ist tatsächlich so und daher kennen wir Darth Malgus, der Anführer des Sith Imperiums zur Zeit der Alten Republik. Und viele haben, wie gesagt, bereits darauf gewartet, dass er kommt. Er ist quasi der Erbe von Rewan und allen, die dazugehören. Also Bastila Shan, noch zur Zeit, als er ein Jedi war. Auch unter anderem Jolie Bindu, aber auch von Darth Malak quasi und und und. Also alle diese Charaktere gehören in diese tatsächlich noch etwas davorliegende Zeitepoche. Nur damit ihr ungefähr wisst, wo wir sind. Darth Malgus ist als Conquest Charakter exklusiv zu erhalten. Und ja, ich sage das bewusst jetzt, bevor irgendwelche Fragen kommen, denn das haben sie in den Developer Insights bereits gesagt, wo man ihn bekommen kann, nämlich in der nächsten Conquest. Und das bedeutet, wann auch immer diese neue Conquest starten wird, werden wir dann drei Monate Zeit haben, bis wir diesen doch sehr, sehr starken Charakter ins Spiel bekommen werden. Die andere Frage, die man sich direkt stellen kann, bevor wir jetzt ins Kit reingehen, weil das erklärt sich dann tatsächlich, ist die Frage, kann Darth Malgus mit seinem Team eine galaktische Legende herausfordern? Und tatsächlich, ja, kann er aber nur mit Omikron innerhalb der großen Arena. Das kommt jetzt wenig überraschend, denn Gary Games hat in der letzten Zeit definitiv gezeigt, dass die Charaktere zwar schwächer als eine galaktische Legende, machen sie aber trotzdem über diverse Omikrons dafür sorgen, dass die Charaktere doch irgendwie gegen galaktische Legenden nutzbar sind. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verliere so langsam den Überblick, was Omikrons angeht, denn wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele bekommen und ja, das ist, irgendwann wird es einfach ein bisschen zu viel. Also, jetzt wisst ihr, wer ist es, wo kriegen wir her und jetzt seid ihr natürlich heiß wie Frittenfett gespannt auf dieses Kit. Und bevor wir damit jetzt noch starten, möchte ich kurz noch einen Ausblick geben, was jetzt hier auf dem Kanal noch passiert. Ja, das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen, aber gut, das ist halt so, denn neben Darth Malgus gibt es diverse andere Ankündigungen. Wir haben das Kit vom Fifth Brother für die Inquisition und das war schon ein paar Tage länger her. Ich bin aus Zeitgründen bisher nicht dazu gekommen, das werde ich definitiv noch nachschauen. Also, wir haben das Kit vom Fifth Brother. Wir haben ein massives Kit-Update für die Inquisition. Das ist unglaublich stark. Ich muss euch auf jeden Fall, schiebe ich euch noch die Omikrons für Jyn Erso und für Embo noch quasi hinterher. Und es ist davon auszugehen, dass anlässlich des demnächst bevorstehenden Star Wars Tags am 4. Mai noch irgendwelche anderen Ankündigungen kommen, die wir auch alle mit Sicherheit sehnsüchtig erwarten oder auch nicht. Das werden wir dann sehen und auch dort gibt es dann entsprechende Videos. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt nicht alles in dieses Video packen kann, aber es kommt Step by Step. So, jetzt aber genug der langen Vorrede. Jetzt Darth Malgus' Kit und es ist, man könnte sagen, es ist wieder so eines dieser High-End-Kits. Nicht so dieses schöne, schlichte, simple Mitmache-Schaden und dann passiert irgendwas, sondern da ist sehr, sehr viel Beiberg mit dabei, auch Synergien, die man eventuell nicht im ersten Moment erkennt. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir fangen an mit seinen Kategorien, denn das ist tatsächlich interessant. Er ist nämlich nicht nur ein Tank, so wie zum Beispiel Darth Malak, sondern er ist auch Anführer, natürlich selbstverständlich ein Sith und gehört auch dem Sith-Imperium an. Und gerade dieses mit Sith-Imperium wird noch eine weitere Rolle spielen. Seine Basic-Ability Unfettered Rage hat bereits schon ein Cetam, fügt dem Gegner physischen Schaden zu, mit einer 50%igen Chance einen weiteren Angriff zu erhalten, was verdoppelt wird, wenn es sich bei dem Ziel um einen Jedi handelt. Bei der zweiten Attacke, also wenn er das getriggert hat, dann erhält Darth Malak 20% Maximalgesundheit, die bis maximal 100 stapelt, bis zum Ende der Begegnung. Diese Attacke, Attacke, wichtig, also auch die erste wie auch die zweite, so sie denn triggert, kann nicht gekontert oder ausgewichen werden. Außerdem erhalten Sith-Empire-Verbündete erhöhten kritischen Trefferschaden für zwei Runden. Das ist tatsächlich schon sehr schön, insbesondere dieses mit dem Basic, die Maximalgesundheit um 20% zu erhöhen. Ist schon sehr, 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 sehr knackig, muss man tatsächlich sagen. Und, ähm, nee, lass uns überraschen. Also, erstes Special, Deprive Senses. Deprive Senses, ja, ich hab, ich hab tatsächlich, ich muss es ehrlich gesagt gestehen, ich hab gerade für einige Worte keine Übersetzung parat und ich habe leider auch, ich weiß, schlechte Vorbereitung nicht dran gedacht, wie da eine Übersetzung ausfällt. Also, Deprive Senses, da ist dann das Omikron. Müsst ihr jetzt leider mitleben, dass ich nicht für alles direkt sofort eine Übersetzung habe. Ähm, das erste Omikron, das erste Omikron wohl bemerkt, mit einem Coulon von drei Runden, fügt dem gegnerischen Schaden physischen Schaden zu und verursacht Blenden und Schock für zwei Runden. Falls das Ziel bereits mit Schock belegt war, werden alle anderen Gegner für zwei Runden geschockt und es wird auf dem gegnerischen oder auf dem anvisierten Ziel wird für zwei Runden lang Fähigkeitenblockade ausgelöst. Außerdem erhält Darth Malgus Provozieren für zwei Runden. Das Omikron selbst, was dann in der großen Arena zählt, ist, dass Debuffs, die durch diese Fähigkeit verursacht werden, denen kann nicht widerstanden werden und Sith-Imperium-Verbündete erhalten kritische Trefferchance für zwei Runden. Also erhöhte kritische Trefferchance. Als das Ziel bereits mit Schock belegt war, dann wird dem Ziel echter Schaden zugefügt, also etwas, was Verteidigung ignoriert, wird echter Schaden auf allen anderen Gegnern zugefügt, so rum, und Darth Malgus erhält 50% Zugleist. Das ist tatsächlich sehr stark und wenn wir jetzt schon gucken, Sith-Imperium-Schock, Bastilla-Shan macht Schock, Darth Revan-Massenschock, das ist natürlich schon eine schockierende Angelegenheit. Ach, ihr habt es vermisst, geht es zu. Also hier kommt ein Massenschock und es ist tatsächlich so eine Art Kombination aus Bastilla-Shan und Darth Revan, Darth Revan mit seiner Blitzgewitterwolke, seiner Machtblitzwolke und Bastilla-Shan, die ja auch genau das tut, und sie fügt allen anderen Gegnern schon nochmal richtig Schaden zu, wenn sie einen Gegner angreift, der mit Schock belegt ist, mit ihrer eigenen Schock-Geschichte da. Und das ist quasi sowas nochmal, ein kleines bisschen on top. Das zweite Special ist Dark Deception. Hier versteckt sich das zweite Zeta, ob die anderen Fähigkeiten, ob hier das Deprived Sense ist, ob das ein Zeta hat, ich glaube nicht, weil es steht nur Omikron da, man weiß es aber nicht, vielleicht steckt noch ein Zeta dahinter, weiß man nicht genau. Auf jeden Fall Dark Deception fügt dem anvisierten Ziel echten Schaden zu, wichtig, echten Schaden, der vergleichbar ist mit 40% von Darth Malgus Maximalgesundheit, Basic erhöht Maximalgesundheit, wichtig, und verursacht Zweifel für zwei Runden. Zweifel ist ein neuer Debuff, der steht hier, steht hier, was das ist, das anvisierte Ziel kann keine Bonus-Zugleiste erhalten, oder Buffs, also quasi Buff-Immunität mit Zugleisten-Immunität, könnte man sagen, und auch keine Schutzregeneration, also kein Schutz, keine Buffs und keine Zugleiste, mit Zweifel. Das ist ziemlich stark, aber es ist entfernbar, es ist kein Locked-Buff, sondern es ist tatsächlich ein ganz normaler Debuff, und da kommen wir nachher auch noch drauf, weil in der FAQ steht das nämlich genau drin, dass es durch zum Beispiel die Klinge von Darth Vader, wenn er sie schmeißt, auch verbraucht und konsumiert wird. So, also das zum Zweifel, falls Darth Malgus im Anführerslot ist und nicht im verbündeten Slot, das gibt es ja in den normalen Knotenkämpfen zum Beispiel, dann kann diesem Zweifel nicht widerstanden werden, also tatsächlich ein nicht anzweifelbarer, Zweifel, ein nicht widerstehbarer Zweifel. Diese Zweifel, sie sind schon wieder unwiderstehlich heute. Ich habe keinen Zweifel, dass das mit Sicherheit eine sehr interessante Geschichte wird. Ich sage, ihr habt es vermisst. Außerdem werden die Coulons des anvisierten Ziels um 1 erhöht und auch dem kann nicht widerstanden werden. Zusätzlich, wie gesagt, es ist relativ viel, was dazu kommt, erhält Darth Malgus erhöhten Schutz, 20% sogar, 20% erhöhten Schutz und zusätzlich mal noch 5% stapelbar für jeden Debuff auf jedem Verbündeten für zwei Runden. Alleine das ist schon ziemlich heftig, wenn wir uns überlegen, okay, Punkt 1, maximal oder Bonusschutz basiert auf Maximalgesundheit. Wenn er jetzt 5 Mal mit dem Basic angegriffen hat, sind das 100% mehr Maximalgesundheit, das heißt auch 100% mehr Maximal- Bonus-Schutz und nochmal 5% stapelbar zu den 20%, die da ohnehin schon drauf kommen, für jeden Debuff auf jedem Verbündeten. Das betrifft ihn auch. Und wie wir ja zum Beispiel wissen, bekommen ja Sith-Imperiale Verbündete durchaus ein paar Debuffs mehr. Ja, also Ratter, 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 das kann ziemlich, ziemlich eklig werden, wenn man sich das mal so überlegt. Soweit zu Dark Deception. Dann gibt es seine Anführerfähigkeit. Ein weiteres Omikron hier. Vermächtnis der Macht. Glaube ich. Legacy of Power. Ich glaube, das heißt Vermächtnis der Macht. Ja, doch. Genau. Vermächtnis der Macht. Und zwar Sith-Imperiale Verbündete sind immun gegenüber Zugleisten. Entzug. Also tatsächlich komplett nichts manipulierbar. Für jeden, also in die negative Richtung zumindest. Für jeden Verbündeten des Sith-Imperiums zu Beginn des Kampfes Excluding Summoning Allies, also sollte irgendwelchen Events oder was auch immer irgendwelche beschworenen Sith-Verbündeten geben, dann zählen die dort nicht mit dazu. Auf jeden Fall erhalten sie für jeden Sith-Verbündeten 10% kritische Trefferchance, 10% maximal gesondert und 10%, äh nicht 10%, sondern 10 Tempo. Das heißt 50 Tempo, wenn man ein komplettes Team aus dem Sith-Imperium belegt. Das ist schon ein bisschen hart. Also 50 Tempo, wenn wir jetzt mal so einen durchschnittlichen Darth Revan nehmen, den man da vielleicht in das Team mit rein tut, 320 Tempo vielleicht, dann sind das 370, das ist schon eine ziemlich fiese Bank. und das außerhalb Omikron, was auch immer, sondern ganz regulär. Miese Nummer, miese Nummer. Das erste Mal, wenn ein anderer Verbündeter unterhalb von 50% fällt, dann erhalten alle Gegner bis zum Ende, am Ende dieses Zuges Furcht für eine Runde, dem nicht widerstanden, ausgewichen oder was auch nicht entfernt werden kann. Also ein Locked hier für alle in dem Moment, wo ein Verbündeter unter 50% fällt. das erste Mal. Darth Malgus selbst ist immun gegen Betäuben und Furcht, natürlich, selbstverständlich, und jedes Mal, wenn Zweifel auf einem Gegner ausläuft, erhalten Verbündete Sith Imperiums einen Stapel von We Have Returned. Für alle, die jetzt Darth Malgus vielleicht nicht kennen, kennen diesen wunderschönen Satz nicht aus dem Ursprungs-Cinematic von SWTOR. ansonsten, wie gesagt, guckt es euch an, ist mega gut. Und zwar für vier Runden, auch das kann nicht kopiert, entfernt oder verhindert werden. Was macht jetzt We Have Returned? We Have Returned erhöht 5% kritischen Schaden und Angriff pro Stapel. Was jetzt ein bisschen interessant wird, denn Zweifel, wie kommt noch mal Zweifel ins Spiel? Zweifel kommt durch seinen Anfettert, äh, durch, nein, wo war es hier? Durch seinen Dark Deception. Nein. Wo hatte ich es denn gerade? Bitt ich total blöde. Da war es doch, Dark Deception, meine Güte. Ah, ja, also alle vier Runden und, ähm, wenn das nur, na gut, also, ne, für jeden Stapel, das heißt, hochstapeln alle vier Runden ist schon ein bisschen wenig. Ich gehe fast davon aus, dass wir vielleicht demnächst noch mal so ein, zwei zusätzliche Charaktere für das Sith-Imperium bekommen könnten und, dort noch weitere Zweifel auftreten. Oder vielleicht bekommen wir noch einen Kit-Touch-Up für das bestehende Sith-Imperium. Das kann natürlich auch sein, wenn wir sehen. Aber ansonsten ist tatsächlich mehrere Stapel von Zweifel, finde ich dann doch relativ schwer überhaupt zu bekommen. So, das Omikron von Vermächtnis der Macht oder Vermächtnis von Macht oder, ja doch, Vermächtnis, ja, irgendwie so, ähm, fünf Sith-Empire-Verbündete erhalten 50% Meisterschaft, 30 Tempo und 80% kritische, kritisches Ausweichen am, zu Beginn des Kampfes und der Schaden, den sie erhalten, ist um 15% reduziert. Das ist massiv. Alleine 80% kritisches Ausweichen, du wirst fast nicht kritisch getroffen. Ja, ciao, Darth Malak. So, jedes Mal, wenn ein Sith-Imperialer Verbündeter mit einem Debuff belegt wird, dann erhalten sie 10% Schutz und Gesundheit. Jedes Mal, wenn Zweifel auf einem Gegner entfernt wird, dann wird dieser Gegner mit Entblößen belegt, dem nicht widerstanden werden kann. Und solange wie Gegner mit Zweifel belegt sind, haben sie minus 20% Tempo, minus, äh, doch, minus 20% Tempo, wichtig, nicht reiner Wert, sondern 20%, das ist deutlich mehr, minus 20% Zähigkeit und minus 30% kritischer Schaden. Also, eine ziemliche Einschränkung. Zu Beginn des Kampfes, wenn alle Verbündeten Sith sind, nicht nur Sith-Imperium, sondern tatsächlich Sith, dann erhält Darth Margus zusätzlich 50% Maximalschutz und Maximalgesundheit und nochmal 60% Tempo on top dazu. Außerdem stellt Darth Margus zu Beginn des Kampfes 100% Schutz und Gesundheit wieder her. Okay, das ist jetzt ein bisschen komisch, ähm, oder was heißt ein bisschen komisch? Das ist eigentlich gar nicht komisch, weil diese Fähigkeit ist, glaube ich, mit einer der hälftigsten Sachen ever. Denn normalerweise, wir kennen das ja, große Arena oder TV, kennen wir, wir gehen rein, ballern alles tot, kloppen vielleicht den Gegner auf 20% runter, denken sie, so scheiße, jetzt doch nicht mehr geschafft. Und in dem Moment, wo das da steht, wird er sich in der großen Arena einfach wieder auf 100% hoch machen. Das heißt also, nix mit, er ist jetzt angeknackst, killt den mal eben kurz, das ist ja nicht mehr viel, sondern tatsächlich, dann muss man, muss man ihn tatsächlich nochmal komplett von vorne anfangen und das ist nicht von schlechten Eltern. Dann hat er natürlich noch eine einzigartige Fähigkeit und zwar betrifft diese einzigartige Fähigkeit Korribans Vermächtnis. Zu Beginn des Kampfes erhält Darth Malgus 5% maximal Gesundheit und Schutz für jeden anderen Sith Verbündeten und nochmal 10% maximal Schutz und Gesundheit für jeden anderen Sith Empire Verbündeten. Das heißt also, wenn man in einem vollen Sith Empire Team spielt, wo alle auch Sith sind, also nicht Harkase U940, dann haben wir 25% plus nochmal 40, weil jeder andere, das heißt 65% maximal Schutz und Gesundheit nochmal on top dazu. Zu dem ganzen anderen Kram, den er da kriegt. Das ist schon hart. Außerdem erhält Darth Malgus reduzierten Schaden von prozentualen Schadenseffekten, also auch sowas wie zum Beispiel Padmes mit Mut und so weiter und so fort ist alles reduziert, ist immun gegen Heilimmunität und solange wie er einen Debuff hat, erhält er außerdem 10% Verteidigung und Gesundheitsentzug. Während Darth Malgus spottet, also provoziert, hat er 60% Konterchance und 20% Verteidigung und minus 20% Effektivität. Das heißt, also wenn er spottet, ist er tatsächlich eher mehr so der Hau-Drauf-Typ oder ansonsten ist er mehr so der Einsteck-Typ, wobei 20 minus 20% Effektivität, das klingt jetzt im ersten Moment viel, dafür ist das, was er dafür erhält, finde ich persönlich deutlich, deutlich, deutlich stärker. Wenn zu Beginn des Kampfes alle Verbündeten Sith waren, dann bekommt Darth Malgus bei jedem Start einer Begegnung, das betrifft jetzt zum Beispiel mehrphasige Events, wie zum Beispiel die Angriffsschlachten, gegen die Jedi zum Beispiel oder sowas, bekommt er auf jeden Fall Spott provozieren für zwei Runden. Jedes Mal, wenn Zweifel auf einem Gegner ausläuft, dann wird dieser Gegner mit Furcht belegt und zwar für eine Runde. Das erste Mal, wenn, das erste Mal pro Runde, wichtig, also das erste Mal pro Runde, wenn Zweifel auf einem Gegner entfernt wird, dann erhalten zwei zusätzliche zufällige Gegner, die nicht bereits mit Zweifel belegt waren, Zweifel für zwei Runden zum bis zum Ende dieser Runde und diesen Debuffs kann nicht widerstanden werden. Das heißt also, wenn wir es entfernen und dann wird Zweifel, das heißt also, wir haben so einen leichten Spreading-Effekt, was das angeht, das muss man dann aber gucken, wie stark das letzte Mal klappt mit dem Zweifel. Das Omikron von Korribans Vermächtnis ist, wenn alle Verbündeten Sith zu Beginn des, wenn alle Verbündeten zu Beginn des Kampfes Sith waren, dann wird stattdessen das erste Mal, wenn Zweifel auf einem Gegner entfernt wird, allen anderen Gegnern, die nicht bereits mit Zweifel belegt waren, für zwei Runden bis zum Ende, am Ende dieser Runde mit Zweifel belegt. Also quasi so ein potenzierter Effekt, das heißt nicht nur zwei Leute, sondern das gesamte gegnerische Team wird mit Zweifeln belegt und und damit hat man tatsächlich so ein Dauerzweifler. Das ist quasi ein dauerzweifelndes Team. Die Fragen, die wir jetzt schon quasi, die haben sie hier schon mit reingeschrieben außerhalb der Developer Insights, weil das wahrscheinlich ziemlich oft gefragt wurde. Die Frage mit ob Boni, wo es heißt für Verbündete Siths und so weiter, ob das auch Malge selbst beinhaltet und die Antwort ist ganz klar ja, das betrifft aber auch Grund generell, falls ihr das nicht wusstet, jede andere Fähigkeit auch, in der steht die Verbündeten, es sei denn, es steht explizit drin, alle anderen Verbündeten. Also wenn alle Verbündeten gemeint sind, betrifft es auch denjenigen Charakter, dem das Kit gehört und alle anderen betrifft alle außer dem oder derjenigen. Ganz wichtig. Ja, ansonsten, wie gesagt, Zweifel ist auf jeden Fall ein ganz normaler Debuff und Doubt, also Zweifel stapelt nicht, falls man das schon mal gehört hat. Vielleicht später, weil wir haben ja hier drinne für jeden Stapel von Zweifel, der entfernt wird, vielleicht stapelt es demnächst irgendwann auch nochmal, wenn diese Zweifelmechanik vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Ja, das ist das Kit. Ich würde jetzt tatsächlich noch eine Analyse geben, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Fakt ist, dass dieses, ihr habt es schon so ein bisschen im Laufe des Kit-Reveals jetzt so ein bisschen eingestreut, das Kit ist super stark. Ich finde, das ist ein mega gutes Kit. Es ist unglaublich viel, was man im Hinterkopf haben muss. Ja, da ist das, und wenn das passiert, ist das, und dann, wenn das passiert, ist das. Aber, und das muss ich tatsächlich auch sagen, es ist zwar relativ viel, aber im Endeffekt ist die Mechanik, auch wenn es viel Text ist und viele Seiteneffekte, doch relativ klar und deutlich. Es gibt ja diese extrem stark verzweigten Kids mit, wenn das ist, dann ist das, und wenn das ist, ist das, und wenn du das hast, dann machst du das. Bei Malag, äh, bei Malag, bei Malges ist es tatsächlich so, dass viele Sachen halt entweder betrifft es irgendwie den Zweifel oder es sind Sachen, die, ich sag mal, nicht so schwer zu verstehen sind. Ja, dass er zum Beispiel für zigtausend Sachen permanent dauerhaft irgendwie irgendwie Maximalschutz, Gesundheit kriegt, Bonusschutz und keine Ahnung was. Das wird ziemlich deutlich und sowas wie das Einfache, naja gut, ich schocke halt einen Gegner und wenn der Schock drauf ist, dann mache ich halt auch noch Schaden. Ich meine, das ist relativ einfach, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist. Ähm, klar, dann gibt es noch Buff hier und Buff da, aber im Großen und Ganzen, ähm, ist es tatsächlich doch ein relativ, also viel, aber klares Kit. Das haben wir auch schon bei den Galaktischen Legenden insbesondere auch ganz anders gesehen. Das ist so verworren, wie so ein gordischer Knoten. Und das kriegst du nicht auseinanderdividiert, das kriegst du auch nicht im Kopf, aber alleine die Tatsache zu wissen, dass Darth Malgus Lead Teams extrem schnell und sehr hart zu kontern sein werden, das, denke ich, zeigt dieses Kit extrem, besonders wenn er der Anführer ist und das heißt auch, dass Darth Revan, denke ich, als Anführer des Sith Imperiums definitiv hier abgelöst wird oder werden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin gespannt, ob wir noch weitere Verbündete des Sith Imperiums insbesondere von Darth Malgus aus der SW Thor Ära bekommen werden und vielleicht habt ihr ja noch Ideen, ich habe irgendwas gelesen, ja, vielleicht kriegen wir doch noch Darth Bane, ja, mal gucken. Schreibt doch gerne auch in die Kommentare, zum einen nicht nur, was ihr von dem Kit haltet, sondern auch, was ihr euch vielleicht Verbündete aus der SW Thor Geschichte rund um Darth Malgus noch als Verbündete so vorstellen könntet. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja das Glück und bekommen diese Charaktere auch. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wie ich habe es eingangs erwähnt, es kommen sehr, sehr viele Videos jetzt im Laufe der nächsten Tage. Am Wochenende muss ich gucken, wie ich es schaffe, aber ich werde diese Videos definitiv noch nachstellen. Das heißt, falls ihr auf diese Information nicht verzichten könnt und es nicht nachlesen wollt, dann natürlich selbstverständlich gilt für immer, abonniert den Kanal, das lohnt sich sowieso immer wieder. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, deswegen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Star Wars Galaxy of Heroes. Ich bin der Simme, stay tuned, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Ciao. Ciao.